was geht ab von der nacht und herzlich willkommen zurück zu the search wir machen jetzt hier an der stelle weiter haben uns mal ein bisschen abgegradet und schauen jetzt mal wir haben ja durch die drohne jetzt so ein neues modul womit man dann halt türen öffnen kann die wir vorher nicht aus dem konten wir auch in der letzten folge gesehen das haben wir uns ein bisschen geupgradet sozusagen und jetzt geht es mal hier los wir wissen ja hinten auf jeden fall auch eine türe war ach so okay von da kamen wir ja und sind hier rausgegangen so und gehen wir mal nach da unten weil da war auf jeden fall auch so ein teil das ding erst mal das war jetzt natürlich nicht schwer so jetzt kommt das raus das ding so haben wir auch das mr stabwaffe ist am start da holen wir uns direkt den ja ok die beiden drohen wollten ja nicht mehr leben so und jetzt geht es hier runter und da haben wir das nächste symbol was ist jetzt dadurch geschehen kann ich jetzt damit die tür öffnen die tür öffnen ist nur ein upgrade bekommen schauen wir mal kurz was das für eins ist Innexion, die Energie nutzen, um Leben wiederherzustellen. 50, okay. Haben wir nicht sowas schon? Das sind die Injektionen. Okay, das kann man dann tauschen. Das ist ein Upgrade sozusagen. So, dann haben wir das. Warum wollen wir hier wieder Zeug geschickt? Warum? Na komm. Können wir das hier jetzt öknen? Zugriff verweigert. Okay. Okay. Dann machen wir kurz unser Upgrade. Hier ist ja nichts mehr. Hier ist ja nichts mehr. Da hinten war die Tür. Okay. Okay, dann machen wir kurz unser Upgrade. Dies ist keine genehmigte Pause. Kein Problem, Süße. Machen wir auch keine Pause. Wir machen hier auch keine Pause. Oh. Oho. Oho. Klack. das ist natürlich was ganz wichtig ist erhöht die maximale ausdauer was wir das haben wir da auch was für den graden wir uns erstmal hier ein bisschen ab würde ich sagen wo die partie hier weitergeht das ist aber mk1 ok gut kann man sich übersprachen kommunikationsmodul deaktiviert alle verbindungen blockiert aufwerten nein 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 das benutzen wir nicht das benutzen wir ja auch nicht ja alle waffen die wir benutzen sind schon abgebildet ok altmetalleinlage haben wir natürlich auch eine feine sache jetzt habe ich 13.000 städter machen wir natürlich direkt mal wieder ein upgrade ok auf deine kollegen sie geben acht auf dich hier wird es ja ganz klar wieder zum zug gehen benötigst du hilfe warren hab mir glaube ich nur verlaufen aber sonst alles fresh hier war es noch nie ok so ich weiß dass hier auch irgendwo war eins gab was wir mit dem chip machen konnten hier irgendwo hier irgendwo na da kommen wir zu ihr hier ist aber nicht seine band oder so müssen wir mal den weg zurück gehen leider ich habe nicht so richtig mitbekommen was wir jetzt noch machen müssen da war doch ein gesprächs kurz mit den angesetzten über stunden verlassen gelöschte nutzer warten auf hilfe sie hat gesagt ich sollte zu miss autopsie von d7 ah ok so kann man unseren ganzen schutz den elementarschutz schmerz schnitt ok einseitig montiert beidseitig montiert einhändig starb zwei hände ist alles klar 9 live händersen männlich 28 rücken hals und schädel wurden geöffnet großhirn sowie zervikal und thorakal bereich des rückenmarks liegen frei alle neuroimplantate wurden entfernt dies ist das siebte opfer mit ähnlicher pathologie doch der modus operandi des täters entwickelt sich die neuroimplantate der ersten opfer wurden mit einer gewissen sorgfalt entfernt aber in den jüngsten fällen die gewebeschäden an hirn und wirbelsäule lassen darauf schließen dass der täter versucht hat die implantate mit seinen bloßen händen zu entfernen ja eine schmerzhafte angelegenheit würde ich sagen pa w w w w w Boah! Fuck it! Heftige Attacke von dem Vieh. War das nicht hier oben? Wo wir noch lang konnten? Nee. Aber irgendwo hier war das. Irgendwo war es. Da ist nicht wer hergekommen. Recycling. Neues im Pantat. Wir können hier auf jeden Fall wieder mehr Sachen aufmachen. Wir können auf jeden Fall wieder mehr Sachen aufmachen. Biolabore. Ah, okay. Musste ich jetzt machen. Sonst wären wir down. Aber ich glaube hier in der Nähe war das. Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass wir sowas gesehen haben. Ganz sicher natürlich nicht, aber schon fast ganz sicher. Nicht autorisierter Zugriff. Hier war aber auch nichts mit der Drohne. Müssen wir jetzt schauen. Was anderes bleibt uns eh nicht übrig. Oben vielleicht. Schade. Schade, schade. KD, KD. Hier ist es auch nicht. Da ist direkt noch einer. Das machen wir jetzt Gruppenkusche. Boah. Bam, 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 bam. Flatsch, mind. Mist. da ist natürlich eine bittere pille aber was soll ich jetzt machen sie hat mit uns geredet das war mir schon klar ich habe nicht genau zu gehört das war natürlich mein fehler hier war sowas ach das war das hier und hier oben zugang nur für befugtes personal aufzug angefordert ja warten wir noch ein bisschen wir gehen jetzt noch mal kurz hier gucken bei minute 20 machen wir den alten cut immer weniger haare oder ach wer weiß vielleicht habe ich das noch nie so betrachtet oder es einfach gealtert einfach so ohne zu fragen es ist mir die größte freude heute jona gutenberg den gründer von uns ich darf wohl sagen hinter resolve wir brauchen mal ein paar teile ein neues schema freigeschaltet boah trotz block ok 3800 ist nicht viel aber egal ja liebe leute dann machen wir halt hier schluss kann man auch nicht ändern vielen lieben dank nochmal fürs zuschalten support das ganze wisst ihr wie es läuft ihr seid einfach die besten danke dass ihr euch das immer wieder rein zieht mit mir und das spielerlebnis teilt echt nett für euch haut rein und das spielerlebnis teilt und das spielerlebnis teilt und das spielerlebnis teilt